Ich bin Georgis, ich bin 16 Jahre alt. Ich bin auf der Verteidigerposition. Ich bin in der Führungvereine von Thessau-Hörnhausen, Elfsau-Weibling und Sportvereine Feuerbach in Stuttgart. Meine Ziele mit der Mannschaft sind Spaß zu haben, möglichst früh den Klassen anzuschaffen. Meine persönlichen Ziele sind auch Spaß zu haben und natürlich mein wichtiges Ziel ist, dafür zu fahren. Energie braucht Impulse.